er geht immer weiter jetzt kommt der bus ich hätte gerne wird eine flasche noch fünf ladungen auf habe ich aber wir haben keinen spritzen also ich habe keinen spritz mehr nicht nicht auf feiten ich mache nur spaß ist der einfache alter das will ich jetzt entwürzt wenn ich mein zimmer betrete ist das leben strom ist das mobi dick gott hier sieht es aus wie in meiner unterhose und gleich monat ball ich will da nicht da ist das weiß nicht wie man das ausspricht hat ist rax oder so wo kräft er da rein was hat er da rausgeholt bei mir kam irgendwie so ein portal in der nähe aber vielleicht noch mal da spricht rax oder so th wir haben keine ahnung was der drauf hat wie der sich bewegt das ist sehr gut wie total nehme ich mal an was macht er da weil du nicht gerade meilen danke gerade ich bin irgendwo reingetreten auch gott ich sehe nix oh gott ich habe mich immer fast ich dachte die erste hat aufgefüllt ja habe ich auch dieser fix ja er hat mich aber da kannst du wieder hoch springen weil er hat sich zu schnell bewegt ich habe gewöhnt ja ich muss mich hoch ein du hast wenig aber ich habe nichts davon bekommen von aber ich komme da auch der rutsch weg gehen die portale da würde ich nicht reinge auch gott ja genau dort meine ich aus betoten hat er hat mich mit irgendwann getroffen und ich war tot ich hatte noch eine menge energie eigentlich da war er hat ihn unterbrochen sehr gut schwerter der power muss hat er hat verloren ja da habe ich den abgeschossen wie so ein profi ich habe ich glaube dass wir das lieben können ja der teil der ist immer positiv der zu heiß gebratet worden das kind nein war neben jetzt schmerzen nicht vielleicht hätte ich mein defensives set dafür benutzen sollen aber auch ich habe da bin ich genau rein gerollt ich idiot aber ich bin irgendwie da ausmacht der dekadentie der daniel zwar ballert alle trinken übermacht der da ich hatte ich hatte ich hatte sich also ich habe gerade geworfen soll ja gesagt das war noch nicht alles ok wo ist das wie kann ich darüber springen ja ja kann ich wirst hat wie nein korruption vielleicht durch man kann darüber springen ja ich bin tot ich stehe irgendwo drin glaube ich jetzt bin ich gestoppt gehen dann irgendwann mal weg hier ja ich glaube warte schwimmt zu dir macht das ding wieder aus hake sogar getroffen ok jetzt gerade dafür hätten wir uns das eine nehmen sollen da war ja wir hätten uns das eine den einen bonus erholen sollen dass ihm und die immunität gegen korruption ich bin tot mich hat auf irgendetwas hat auf mich geschossen alter ich habe keine auszauere ich habe gar nichts korruption habe ich auch muss ja mal angreifen ich kann nicht darüber mach deine dinger aus da sind lieber da ich könnte auch eine spritze verwenden ja das ist echt nervig gerade wie soll man den ihn so angreifen ich komme nicht an den rand der bleibt aber absichtlich da drin perfekt ja okay dass ich wusste der hat noch irgendwas drauf jeder war zum kotzen ja voll werft tötend ich will nicht dass er das noch mal macht daniel da hat finger weg ich habe mich mal hoch an der quelle ich versuche den mal auf mich zu lenken auf ihn hat nicht wirklich ich habe das was wenn der diesen scheiß feuer war doch immer das mehr des todes wenn er das noch mal macht was da zu uns oh gott aber knapp weil das geschmeckt hat es hat so eine art gefangen oder was naja aber ich habe mich irgendwie herangezogen der macht schon wieder da ja das war ja das einfach bleiben jetzt einfach steht also hier ist noch relativ für platz schnell ja das ist gut ja genau bleibt mir da schießt irgendwann auf und sehe ich auch bin schon wieder tot aber irgendwie alles schwarz ich habe mich mit einer spritze wiederbelebt und ich war sofort noch mal tot jetzt habe ich keine mehr ich komme da nicht hin kann ich so weit schießen der ist direkt bei mir ja das war scheiße ich habe mich wieder erlebt und dann war ich sofort wieder ich bin tot er hat dich zu sich teleportiert glaube ich ja ich weiß nicht ich konnte nichts sehen gefahr reduziert wieder mit ihr leben wieder möglich das war scheiße meinst du was besser wäre mehr 15 angriffsgeschwindigkeit oder 20 prozent mehr kritische trefferchance bei deinem schwert würde ich kritische trefferchance nehmen naja stimmt alter kritische stimmt ja der weg ist mit meiner ausrüstung besser als ich nicht so ganz ich sehe die kamera die ganze zeit irgendwie das direkt hinter mir gelandet der tage versperrt im gesicht irgendwie das kleinste von den fischern kann das sein ja der 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 hier ist lage aber es ist jetzt ich sehe nichts aber nicht aber nicht ja super gott wir haben ja noch nichts abgezogen ich weiß ich habe ich mal geschafft zum glück auszuweichen aber es war nur glücke wieso laden sich meine fähigkeit so langsam auf man lasse ich mal schneller auf für meine bomben einsetzen jetzt laufen die schon wieder ab geht mir voll auf den sack ja super voll verschwindet sehr schön das dauert solange die aufzuladen jetzt kann ich noch ein aber du heilst mich ja ich war jetzt ist meine lichtform ich hasse diese attack ich hasse sie was gar nicht mit dem problem was mit diesem attack ich kann ja nicht ausweichen ich merke es ja da kann man durchrollen ich bin raus aus der pd 2 der hölle und ich bin tot bei mir hat mit dem rollen nicht so geklappt ich hasse diese attacke so sehr eh okay gibt ja gar nicht ich war ich immer viel zu krank aus oder er ist im tunnel ah ja 89 oder sie ist so nervig dann echt jetzt ich fühle dann jetzt nicht so unglaublich nervig ich schon ich hasse es er macht nur schaden ich bin schon wieder ich habe nur eine spritze übrigens ich bin tot ja schaffen wir wieder nicht jetzt hat es ja schon bei 100 prozent ich hasse dieses viel ganz ehrlich ich habe nicht ständig ab ich hasse dieses viel ja da kann ich jetzt nicht sehen ja das war es dann schon wieder verkackt ich hasse dieses viel ganz ehrlich ich bin da jetzt nicht so unglaublich schwer als schraut zum beispiel ich finde das nervig als alles andere ich komme nicht mit den angriffen von dem klatschen ach schaffst du schon bist du geklappt ein herz oder noch er muss mich nur einmal ehrlich betont dann spritzt seine baller wieder auf den ich habe nicht mal gesehen was abgehen ich bin tot ja ich sag doch ich krieg das viel nicht ich habe das ist viel blöd weil jetzt nicht diese eine verstärkung gekriegt haben da kannst du immunität gegen korruption kriegen hier wäre kein problem mit dem ganz ehrlich wenn ihr hier im dunkel seinen komischen slam da macht das nervig ich muss auf die augen gucken wann der runter kommt der hier ist ein schwanz schwanz hast du ihm gedacht was jetzt hier ist er dann immer deinen kopf aus der gott ich komme nicht zu den hin ich komme einfach nicht zu den hin ich habe es trotzdem wieder belebt ich weiß nie wo ich bin ich bin ich finde noch nicht so unglaublich ich finde das viel nerviger als alles andere die ist wie so ein scheiß weiß ich habe wieder ist dass ich nenne das jetzt das ist jetzt nur noch eine hämorrhoide für mich geht sogar ein bisschen so aus das ist gut erfüllt meine meisterschaft auf seine macht weiter so macht dich auch mal nützlich aber wenn ich da betreibe bekommt soll auch ja klar das ist ja das geil ich bin voll der faradie idee das hat mich mal auf dich drauf danke nein ja das hat jetzt unbedingt nur so darum kreisen dieses grüne ding oh danke no big deal alter mit einer hand weg weggegangen aber sehr gut eine ausreichung weil mich weil ich will mich aufladen an dem jetzt wird noch mal stehen das ist ja da drüber gesprungen mit ich verschwinde hier meine ganzen fähigkeiten an dem bisher der war echt aus der und wer gesagt halleluja ja 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 aggressives tanzen aber wir machen als meisterschaft aufstehen und drei level ab diese siegelsmusik vermischt sich voll mit dieser tanzmusik ja da war noch gar nicht so schwierig ja ich musste nur das set wechseln cool ja irgendwie schon das hat auch weniger von deiner seite und mehr ja ich bin kein viel ich bin eine du mit du 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 du